Ich finde es immer so ein bisschen lustig, wenn die Leute bei solchen Themen mich nach meiner Meinung fragen. Ja klar, hört auf mich! Ich meine, schliesslich habe ich ja ein Studium in Geschichte und Germanistik abgebrochen. Und im Zwischenjahr war ich Toni der Tiger von Kellogg's und habe in GOP-Filiale der Zürcher Agglomeration mit Kind Hackysack gespielt. Okay, das klingt ein bisschen creepy. Also ich meine, das war ein richtiger Job, ich habe für das Geld bekommen. Okay, das klingt noch creepier. Aber schau, es war ein Statiker und dort haben glaube ich nicht die Kids Angst vor Erwachsenen, sondern die Erwachsenen Angst vor den Kids. Aber egal, ich wundere mich einfach manchmal, von wem die Leute ihre Expertise holen. Klar, sollen alle machen, wie sie wollen. Während Corona haben ja auch viele gefunden. Ja klar, es gibt tausende WissenschaftlerInnen, die Jahrzehnte zu dem Thema geforscht haben. Aber ich würde gleich gerne mal wissen, was der Schauspieler von Achtung Fertig Charlie dazu sagt. Und jetzt geht das schon wieder los, aber einfach mit den Abstimmungen. Ich meine sowieso, jetzt wo wir die Pandemie langsam im Griff haben, müssen wir bereits wieder das Klima und die Umwelt retten. Warum eigentlich? Während der Pandemie haben immer alle gesagt, Nature is healing. In chinesischen Städten hat man seit langem wieder mal den Himmel gesehen. Nature is healing. In Berlin sind Hirsche durch die Strassen gelaufen. Nature is healing. Und in den Wasserkanälen von Venedig hat man Delfine gesehen. Und wir haben mit Tränen den Augen auf Instagram Herzli verteilt und gesagt, Oh mein Gott, Nature is healing. Dabei haben wir doch keine Ahnung von Natur. Delfine zum Beispiel sind mega Arschlöcher. Ja, das wissen immer noch viel zu wenig. Delfine sind Vergewaltiger. Die stecken ihren Penis in alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, was mega gemein ist, weil im Meer gibt es keine Bäume. Nein, aber ernsthaft, Delfinmännchen machen in Gruppen Jagd auf Delfinweibli. Und alle finden so, was? Echt? Aber die lächeln doch immer so herzig. Ja, die ist sausiechen. Aber auch nur, weil sie eine Fehlstellung haben. Klassischen Unterbisse. Gehen nie zum Zahnarzt. Dafür machen sie die Lagunen von Venedig unsicher. Und wir wundern uns, warum wir die Delfine auf einmal so gut sehen. Ja, weisst du, warum haben wir die auf einmal so gut gesehen? Weil alle anderen Meeresbewohner abgehauen sind. Die haben ihre Atemlöcher in Sicherheit gebracht und sind ab. Die finden nämlich nicht, Nature is healing. Sondern, Achtung, Achtung, Flipper the Ripper ist zurück. Nature is fleeing. Aber eben, was haben wir uns gefreut über die Natur und wie sie sich erholt in dieser Pandemie. Und jetzt nachher gibt es eine Initiative zu einem sehr moderaten, sehr zurückhaltenden CO2-Gesitz. Und es gibt immer noch Leute mit Geld, die sagen, Nein, das ist zu teuer. Das können wir uns nicht leisten. Du, während Corona hat die Wirtschaft so gelitten, da können wir jetzt nicht Rücksicht nehmen auf die Natur. Ich meine, da muss man zuerst schauen, was auf den Teller kommt. Nämlich die Natur. Und passend hier dazu hat die Bundesrätin Karin Keller-Sutter gerade vor kurzem dafür gesorgt, per Ermächtigung, dass die Polizei Hausdurchsuchungen bei KlimaaktivistInnen machen konnte. Homeoffice is healing. Und schau, ich muss dir sagen, einige Initiativen sind mir auch zu extrem. Zum Beispiel Trinkwasser-Initiativen. Ja wirklich, das ist mir zu extrem. Drei Liter Wasser trinken am Tag, das bringe ich einfach nicht an. Wer hat so viel Zeit, das schaffe ich doch. Ah was? Ah, um das geht es gar nicht. Ah, ja, nicht das Wasser trinken. Ah, dann ist ja gut, ich habe eh viel lieber Coke Zero, merci. Ich meine, logisch haben wir den Sinn für das Trinkwasser verloren, wenn wir die ganze Zeit Coke Zero und Red Bull trinken. Wir haben ja vollkommen verlernt, Wasser zu trinken. Ich habe letztens versucht, am Morgen direkt als erstes ein grosses Glas Wasser zu trinken. Und ich musste gerade wieder hinlegen. Uh, es ist so tragisch. Früher einmal hat der Mensch Wasser getrunken, damit er nicht stirbt. Und heute trinken wir Wasser nur noch, wenn es in eine Aludose eingewickelt ist, lustige Blätterchen hat und künstlichen Geschmack. Damit es beim Gürbsel so schmeckt, als ob dir ein verkatertes Gummibärchen ins Maul gefurzt hat. Die Natur hat eigentlich gesagt, Hey, schau da, ein Glas voll gratis Gesundheit. Und wir so, Du nein, merci, ist gerade gut, wir hätten gerne so eine Dose Herzrasen für 1.50 Franken. Aber ja, grundsätzlich kann man sagen, die Trinkwasserinitiative und die Pestizidinitiative sagen eigentlich, wir wollen weniger Gift im Boden und sauberes Trinkwasser. Und die Gegenseite sagt, Nein, das ist zu teuer. Stell dir vor, du bist eines der reichsten Länder der Welt und kannst dir kein sauberes Trinkwasser leisten. Die Schweiz, das Wasserschloss Europas, hat kein Geld für Wasser. Und klar, schlussendlich geht es ja nicht nur ums Wasser, sondern um die Wurst. Also ums Fleisch. Das grosse Problem ist ja, dass wir zu viel Fleisch produzieren. Und ja, ich weiss, Schweizer Fleisch, der feine Unterschied, klingt natürlich super. Aber halt auch nur bis zu dem Moment, wo man merkt, dass ein grosser Teil vom Tierfutter für das Schweizer Fleisch aus dem Ausland importiert ist. Das ist dann eben wahrscheinlich der feine Unterschied. Aber über das reden sie nicht so gerne, darum heisst es ja auch, Schweizer Fleisch, der Rest ist keine Frage, es gibt hier nichts zu sehen. Einfach gesagt ist es folgendermassen. Wir essen zu viel Fleisch, darum wird zu viel Fleisch produziert, darum muss man zu viel beschütten und Pestizide verstreuen und das schädigt schlussendlich unser Trinkwasser. Das heisst eigentlich, wir essen so viel und so lange Fleisch, bis wir kein Trinkwasser mehr haben. So gerne haben wir Fleisch. Man kann eigentlich sagen, unsere Lieblingsgetränke sind Red Bull, Coke Zero, Fleisch, Trinkwasser. Und ja, ich weiss, Hackfleisch saufen. Tönt zuerst mal nach einer geilen Idee. Aber irgendwann kommt einer und sagt, man müsse drei Liter Hackfleisch trinken pro Tag. Dann wird es schon wieder schwierig. Weil wir keine Katzen sind. Also gut, ich muss das kurz erklären. Katzen, die wir mit Fleisch füttern, brauchen fast kein Wasser, weil sie das meiste Wasser zum Überleben aus dem Fleisch holen. Weil Katzen sind von der Evolution her ursprünglich Wüstetiere. Im Gegensatz zu den Menschen, die Menschen sind von der Evolution her ursprünglich Wüstetiere. Wüstetiere. Solange wir keine Katzen sind, müssen wir wohl oder übel schauen, dass unser Trinkwasser sauber bleibt. Weil von der Evolution her, so was Fleisch trinken angeht, sind wir weit hinter den Katzen. Also eigentlich auch ganz grundsätzlich, das wissen wir doch. Wir nennen uns die Krone der Schöpfung, aber sobald eine Katze den Raum betritt, legen wir uns sofort auf den Rücken und machen den Seestern, damit sie uns auf den Bauch liegt. Was sie aber nicht macht, weil sie uns verachtet, völlig zu Recht. Zum Beispiel gerade eben, wie man die aktuellen Tendenzen in den Umfragen zu den Abstimmungen sieht. Man kann es folgendermaßen zusammenfassen. Weniger Pestizide in den Böden können wir uns nicht leisten. Superes Trinkwasser können wir uns nicht leisten. Bessere Luft können wir uns nicht leisten. Aber ein Polizeimassnahmegesetz, das willkürlich gegen zum Beispiel KlimaaktivistInnen eingesetzt werden kann, die sich einsetzen für weniger Pestizide, sauberes Trinkwasser und bessere Luft. Säb, mal Säb geht. Man kann also wirklich sagen, die Pandemie ist so gut wie vergessen. Die Normalität ist wieder zurück in der Schweiz. Oder kurz gesagt, Economy is healing.